Willkommen bei Georg Fischer Piping Systems. In der ganzen Welt steigt der Bedarf für eine sichere Versorgung mit sauberem Wasser. GF Piping Systems stellt umfassende Systeme für die Wasser- und Gasversorgung bereit. Unsere Verkaufsgesellschaften und Vertretungen in über 100 Ländern sind für Sie da mit professioneller Unterstützung und kompetenter Beratung. GF Piping Systems bietet Ihnen umfangreiche Produktpakete und Verbindungstechnologien sowohl für Transportleitungen, Verteilleitungen, Hausanschlussleitungen, Hydranten als auch für Reparaturen und Wartungen. Die Anbindung neuer Wohngebiete an bereits vorhandene Hauptleitungen ist mit GF Piping Systems effizient und einfach. Die Multi-Joint-Technologie stellt die optimale Lösung für Werkstoffübergänge innerhalb des Rohrleitungsnetzes dar. Haupt- und Verteilleitungen sind stoffschlüssig verschweißt und garantieren Ihnen geringe Betriebskosten und Korrosionsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus. Unsere bewährten Verbindungstechnologien wie Stumpfschweißen oder Elektroschweißen machen Ihr System zuverlässig und betriebssicher. Die einfache Handhabung wird durch das Einscannen des Barcodes gewährleistet. Die gleichzeitige Datenaufzeichnung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung. PE100 wird heutzutage für fast alle Hausanschlüsse verwendet. Dank dem modularen Baukastensystem von LGEF Plus finden Sie stets die passende Lösung für Ihre Anwendung. Die Einbindung von Hydranten war noch nie so einfach und sicher. Der PE-Hydrant ist das Leichtgewicht unter den Hydranten und ermöglicht eine Ein-Mann-Installation. Die absolut stoffschlüssig geschweißten Leitungen bieten einmalige Kostenvorteile aufgrund der optimalen Werkstoffeigenschaften von PE100. Ebenso wichtig wie das Verlegen neuer Leitungen ist die Wartung und Reparatur bestehender Leitungen. Die revolutionäre Multi-Joint-Technologie ist Ihre kostensparende Lösung für die Instandhaltung jeglicher Rohrleitungsmaterialien. Alternativ zu den geschweißten Lösungen bietet GF Piping Systems eine umfangreiche Produktpalette an mechanischen Verbindungen aus den verschiedensten Materialien. PrimoFit und Poly 16 Plus. Günstige Betriebskosten durch individuelle Lösungen, schnelle und einfache Installation, keine Korrosion, lange Lebensdauer, hohe Systemsicherheit, weltweite Beratung vor Ort. Adding quality to people's lives. GF Piping Systems GF Piping Franks GF Piping USA GF Piping